Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Yakuza Kiwami, ein Action-RPG, das vor drei Tagen, glaube ich, rausgekommen ist. Es hat mich interessiert, obwohl ich die Reihe nie gespielt habe, aber ich habe gehört, sie soll sehr gut sein. Es ist nicht das erste Action-RPG, das ich spiele, das erste allerdings, was ich aufnehme. Ich bin sehr gespannt, eben weil es sehr gut sein soll. Hier steht Continue, weil ich schon mal eine Probeaufnahme gemacht hatte. Und der Sound hat irgendwie am Anfang nicht funktioniert. Ich muss dann so eine kleine Einstellung verändern. Jetzt funktioniert es aber, Gott sei Dank. Ich würde mal sagen, ich labere nicht viel weiter, sondern stürze mich einfach in ein neues Spiel. Achso, doch, was ich vielleicht noch sagen wollte. Ich weiß nicht, ob ich ein komplettes Let's Play machen werde. Es kommt auf euch drauf an, interessiert euch das. Es kommt auf mich drauf an, interessiert mich das. Wir werden sehen. Das entscheide ich dann später. Ich gehe auf Easy, weil ich eben die Serie nicht kenne. Und ja, lieber komme ich ordentlich durch, als dass ich andauernd verreck. So. Kapitel 1, Fate of a Kinslayer. Ein Kinslayer ist einer, der seine eigenen Leute tötet. Das Spiel ist auch auf Englisch und ich werde hier keine Übersetzung machen, weil das Ding, denke ich mal, den Fuss nehmen würde. Ich werde vielleicht was dazu sagen. Okay, die wollen Kohle haben. Na, ist du dir Dusche nötig? Oder was ist los? 19.95, 1.10. oder 10.1., weiß ich gar nicht, wie. Ah ja, da, 1.10. ja. Okay. Oh, was geht ab? Hast du den getötet? Oh, oh. Juni. Mäuschen, bitte lauf mir nicht in den Bildschirm rein, okay? Oder in die Kamera, nicht in die Kamera. Am vorherigen Tag. Sorry, Leute. Ne, ich kann da nichts machen. Okay, das war zu schnell. Aber ich nehme mal an, die gehören zur selben Familie. Katze. Meine Katze starrt mich an. Ich glaube, die will Knusperlis haben. Die hier nämlich liegen, äh stehen. Nein, 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 meine andere Katze. Nein. Also ja, du kriegst auch welche, ja. So. So. Okay. Okay. Alles klar. Wer ist denn bitte nicht, wer hat denn bitte keinen Bock auf Sex, hä? Okay. Ich gucke mich erstmal so ein bisschen um, versuche mich mit der Steuerung zurechtzufinden. Aha, also immer wenn so Dinger's da sind, kann man mit denen reden. Okay. 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 Ist auch so ein East Coast gegen West Coast Ding. Dojima und Shimano. Dojima und Shimano. Aha, die sind Untergebene des Tojo-Clans. Also ist der Tojo-Clan hier so der Obermarker quasi und die anderen beiden sind Untergebene. Aber ich nehme mal an, auch gleichzeitig Rivalen, schätze ich mal. Okay, ich glaube tatsächlich, ich glaube, das wäre tatsächlich mit Controller vielleicht sogar angenehmer. Nein, du läufst jetzt mir nicht hier vor den Bildschirm. Du kannst hier so noch knuspern, guck mal. Tut mir leid, Leute. Ich werde hier von beiden Seiten bedrängt von meinen Katzen. Okay, kann ich mit dem Typen da sprechen? Nein. Oh, Entschuldigung. Okay. Daydreamer. Also, das ist wohl nicht wirklich was. Ja, ja, ich komme ja schon. Shinji. Hm? Ich rede mir mal ganz kurz, Sir. Peace Finance. Da muss ich Geld einsammeln. Aha. Okay, also es wird Stress geben. Okay, sie werden stur sein. Alles klar, die setzen viel Hoffnung in mich. offensichtlich, oder eher. Also, die Schulden uns Geld. 200 Millionen, habe ich verstanden. Aha. Und, äh, 100 davon können wir dann einstreichen. Und wir sollen das dann eintreiben von irgendwie so Verleihtypen, ne? Die Geld verleihen und horrende Zinsen verlangen, nehme ich mal an. Ah, so, ich habe gesagt, ich habe zu Serena, ich habe gesagt. Und, wir müssen nicht unbedingt zimperlich mit denen umgehen, weil die mit ihren Kunden noch weniger zimperlich umgehen. Von mir aus. Aha. Okay, also Serena ist irgendwie so eine Bar und es gibt einen Hintereingang. Aber da kümmern wir uns jetzt erstmal nicht drum. Ne, wir folgen jetzt erstmal Shinji. Na los. Sag an, wo geht's lang? Hier? Okay. Ey, Leute, aus dem Weg. Ich bin wichtig. Ich bin ein Yakuza. Äh, ups. Sorry. Ein Yakuza, der die Kamera nicht steuern kann. Äh, ach da. Ah, okay, sind schon da. Alles klar. Das ist der Ortser. Am fünften Stock, okay. Das gibt Stress. Also, die wollen abhauen, oder was? Äh, was bitte? Okay. Was passiert jetzt? Äh. Aha. Ah, okay. 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 Oh, wow. Aha, das war der Finishing Blow. Ja. Und dann mal Finishing Blow? Nee, den will ich gar nicht. Oh, der steht wieder auf. Ey, sag mal. Oh. Scheiße, ich sollte auf meinen Rücken achten. Ah, ja. Okay. Das hat jetzt eine Weile gedauert, bis ich das irgendwie hingekriegt hab. Oh, 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 hat er mich? Oh, wow. Oh, wow. Kommen Sie von hinten an, ihr Säcke. Das ist aber nicht gerade fair. Ja. Ja. Ja, a weapon with a... Ah, okay. Wusste mal. Eine Waffe. Ah, okay. Oh. Oh, oh. Alles klar. Was? Der Stuhl? Das ist ja lustig. Aha, okay. Da oben ist mein... Critical Condition. Ja, okay. Erst ein bisschen was, wenn ich... Ja, okay. Alles klar. Äh, Stranding has... Oh, was? Oh, ja. Na komm, dreh dich doch um. So, jetzt. Oh, du warst eingeschnappen. War's das jetzt? Ja. Ja. Nee. Ha. Nö. Oh, Alter. Was für lügende Arschlöcher. Was geht? Sag mal. Hat mir so ins Gesicht gelogen. Die hatten das Geld. Frechheit. Sag mal. Okay. Ja, ich habe schon noch ein paar Fragen. Ja, ich habe schon noch ein paar Fragen. Ich hoffe, du bescheißt mich nicht, Freundchen. Echt? Glaube ich nicht, aber weiß man ja nicht so, ne? Also, Completion Points, wenn ich Sachen erledige. Okay, alles klar. Es gibt immer ein Haufen zu tun. Auch normal in so einigen Spielen, ne? Talk to Bob Utsunomiya. Aha, ah, okay. Alles klar. Na gut. Autosave Complete. Wo? So. Wo sollte ich jetzt hin? Da hinten. Ist das Pfeilchen, das Pinke? Ist die falsche Richtung, ne? Ja. Gut. Ah, okay. Hm? Oh, Moni-san. Ja, ich bin. Ich bin. Hm? Hm? Oh, oh. Nani aatte, ohrer? Oh, oh. Omae, dogo no kum no boyn ya? Hm? Summa. S-summa, nesumka, bogey! Was will der sich mit mir anlegen? Ja, offensichtlich, ne? Hm. Okay. Gucken wir mal. Gut. Ah ja, okay. Ah, okay. Alles klar. Ich rauch gerade. Muss ich das mal aus der Hand legen? Leute, ich bin echt nicht gut in sowas, insofern, das wird einfach nur ein Gedrücke und Gedrücke und Versuche und Probiere und, oh Gott. Ah, okay. Zack. Da war doch irgendwas, lag da nicht irgendwo irgendwas rum? Oh, falsche Richtung. Da ist er jetzt endlich hinüber. Okay, also, zack. Ja. Okay, hau mich nochmal. Zack. Okay. Also. Ach so, ich kann, okay, ah, ich musste erstmal das Evaden üben. Und so lange ist er auf jeden Fall nicht platt machbar, ne? Äh, okay. Evaded by using E. Ah, okay. Quick Step. Oh Gott. Ah ja, okay. Alles klar. Oh. Ah. Na, hau mich. Na los. Oh. Okay. Ich will nur die Kamera in eine einigermaßen ordentliche Position. Ey. Lass mich in Frieden, ey. Ja, okay, so geht's, ne? So. Quick Step. Alles klar. Heat Gorge. Ah ja, alles klar. Ja, genau, die Aura, die sieht man ja, hat man ja auch am Anfang irgendwie gesehen. Äh, Special Heat Actions, also Special Attacks. Alles klar. Zack, zack, zack. Grab. Ah ja, genau, stimmt. Ja, alles gut. Nicht wahr. Genau, damit wollte ich ihn schon die ganze Zeit verkloppen. Das war mein Special Attack. Yay. Also, okay. Und press. Okay, nochmal. Also, ich muss den, ähm, Gegner packen, oder eine Waffe in der Hand haben, und dann mit Rechtsklick diesen Heat Mode benutzen. We will center around the... Okay, check ich jetzt nicht, aber gut. Hey, hey. Scheiße. Das war's, ne? Boah. Hurra. Hey, wo ist die Waffe hin, plötzlich? Der... ...des Falzdingens. Jetzt kann ich mir eine Zigarette wieder nehmen. Mhm. ... Captain of the Shimano Family, okay. Ja, 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 ja. Du bist so ein Problem, dass du mit einem Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl. Ja, jetzt tut es dir leid, ne? Das ist echt immer so. Keine Rückgrat, die Leute, ne? Oh. Oh. Bringt den jetzt um, oder was? Ach du Scheiße. Oh Gott, nein! Alter. Ach, gut. Ist nicht nötig, echt nicht. Ja, genau. Auf meine Art. Richtig. Nein, wieso? Ach komm. Lach nicht. Oh. Ganz schön frech, wa? Ach komm. Was? Alter. Boah, was? Boah, das wirst du bezahlen, du Schwein. Boah, das wirst du nicht verstanden, oder? Ha? Ha. Oh man. Nochmal Kampftraining? Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Der Blick. Die gucken alle so böse, ne? Ach so, was sie schon aufhören? Oh. Oh man. Oh man. Ach so. Oh man. Oh man. Wenn ich so etwas, wenn ich das Gefühl habe, dann kann ich mich nicht mehr machen. Ich kann mich nicht mehr machen. Aber ich kann mich nicht ändern. Ich kann mich nicht ändern. Ich kann mich nicht ändern. Ja. Na Zupa Das geht Ist der irre der Typ Warum müssen immer so völlig irre Leute Irgendwelche Oberbonzen sein Klar dann wäre das Spiel langweilig sonst Ach ne Okay kann ich Okay kann ich an dir vorbei So Sorry Leute Ach die Steuerung So also wo geht's Hier ist das der Eingang Ne Wo ist das jetzt hier Oder da oben ne Ah ist das Das ist jetzt gerade echt total komisch hier Aha okay Alles klar Da hoch Hallo Treppe Oder ist das hier Ah eh enter Alles klar Alles klar Ich kann mir das noch gar nicht alles merken Wer zu wem gehört und so Ich werde das schon noch mitkriegen Ich kann auch nicht sagen Ich kann nicht sagen Ich kann nicht sagen Ich weiß nicht Ich bin der oh so in libschen Ah, der Ring, den wir da gesehen haben, in der Szene quasi einen Tag später, ne? Also es wird irgendwas mit Yumi passieren. Sie wird entführt oder was weiß ich. Irgendwas in der Richtung, ne? Oh, das war's. Die Schulterpads. Die Schulterpads, die Durchsache und die Leidung, wenn ich sie mit ihr, kann ich nicht... Was hast du gesagt? Ich hab noch einen Schopen Schopen-Sprache. Ich habe mir dann wahrscheinlich eine Art Schopen-Sprache. Das ist ein Kiel-Sprache. Das ist die Schopen-Sprache, der der Schopen-Sprache. Du siehst nicht, was ich. Ich bin der Schopen-Sprache, Herr работает. Ich weiß nicht, was ich. Hm. Ich nehme immer an, es ist auch ziemlich gefährlich, der Patriarch seiner Familie zu sein. Da bin ich schon fertig, wenn ich den Tag wieder so habe, nein? Ich nehme mir meine, es ist jetzt ein Jahr, oder? Du bist doch nicht! Du bist schon忘iert von dir? Nein, ich bin gerade gerade sehr nervöscht. Also habe ich noch eine Art Nishikyama gedacht? Oh, du hast du noch etwas vorbereitet? Natürlich! Du hast eine Pink-Daiya-Pink-Dai. Oh, das ist so hoch. Also, ich habe schon seit ein paar Monaten gekauft, und ich habe es geschafft. Ich habe es bereit für heute, und ich habe es vorbereitet. Oh, das war das. Dann machen wir einen Party. Oh, du kennst du das? Du kennst dich? Das ist natürlich peinlich, ne? Also sollen wir jetzt den Ring besorgen dann, zum Geburtstag. Darf ich doch ein bisschen? Schwہ zuamation. Z Rest. Er war能力 Das ist so schwierig. Wenn es auch 창 Podfahrt ist, dann geht es okay. So? Das ist das, was ich selbst zu tun. Ich habe das nicht zu tun. Wenn ich nicht so sehr, dass ich mich nicht so sehr fühlen kann, wenn ich mich nicht so fühle, dann kann ich was. ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist egal. Ich weiß nicht, dass ich eine Frau liebe. Das ist egal. Also, was das? Was das? Was das? Es ist nur ein neues Film, aber es ist sehr gut. Wie praktisch, dass sie das weiß, ne? Okay, müssen wir jetzt tatsächlich loslaufen? Oder läuft das automatisch als Cutscene? Le Marché und Showa Street. Alles klar, da müssen wir jetzt hin. Das, liebe Leute, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich finde es... Es ist ungewöhnlich für mich, muss ich echt sagen. Ich habe lange sowas schon nicht mehr gespielt. Die Steuerung ist tatsächlich ohne Gamepad, glaube ich, ein bisschen blöd. Es wäre echt leichter mit Gamepad. Also so auf der offenen Straße geht es, aber an manchen so engeren Stellen wäre das besser mit Gamepad. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht lasst mir einen Daumen hoch da oder einen Kommentar. Soll ich irgendwas besser machen? Soll ich irgendwas verändern? Gefällt es euch? Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschü tschü. Tschü tschü. Tschü tschü. Tschü tschü. Tschü tschü.